100 Grad, okay. Performance. Nach unten hin wird es weniger, aber steigt auch wieder langsam. Ja, alles gut, alles gut. Oh, habe ich einen Blast-Förer aus dem Inventar? Fragen über Fragen. Oh, und einfache Logistik-Bots, das sollte ich jetzt nicht rausschmeißen, sondern gleich bei SkyNet reintun, dass da gleich die besseren rausgemacht werden. Und ich muss mir nochmal so ein Wasserloch suchen. Ach, das brauchte so tierisch viel blauer, ne? Ja, kein Wasserloch suchen. Zu teuer. Komm, schau, ich will arbeitslose Roboter sehen. Dann weiß ich, dass alle Maschinen reibungslos laufen und nicht irgendwas vernachlässigt wird. Oh, und das ist die eine arme Maschine, die die Ziegel baut, ja. Mach daraus bitte mal schneller. So, das ist die auch eine schnellere. Wie viel Sand kann das sein? Ja, ich denke schon. Hier. Bitteschön. Sehr gut. Das lassen wir jetzt so, dann machen wir jetzt keine lila Kisten raus. Sonst haben die Roboter wirklich durchgehend zu tun. Ja, wir kriegen schneller Mauern, das ist sehr gut. Sollte ich gleich auch nur noch setzen. Ach, das ist auch ein Außenbereich hier, ne? Ach, du gute Güte. Äh, äh... Geh mal weg. Haben wir noch Schettin? Ne, war doch da, aber es wird nicht reichen für... Doch, für zwei Stücken. Zwei Stücken Mauer. Die ich dann genau da reinsetze. So. Okay. Ähm. Das kleine Warte auf blaue Chips ist okay. Äh, Strom. Weiter Strom, 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 Strom. Ah, und der Wald ist fertig. Äh, die Construction putzen mit dem alten Wald auch nicht mehr durch, ne? Naja. Ich muss mal kurz gucken, wie viel Resin wir jetzt haben. 426. Wir haben noch 515 Samen. Das heißt, es ist okay, wenn wir jetzt alles an Resin verballern zu Rubber. Weil wir haben Backup-Samen da, um neuen Wald herzustellen. Okay. Das heißt, hier hinten, das Ding können wir wieder anschmeißen. So, du mach bitte... Äh, das da. Und ein Stück davon. So. Was haben wir noch alles? Ähm, Kupfer und Eisen hält sich stabil. Draht ist stabil. Wir haben jede Menge rote Chips. Wir haben... Äh, 800 grüne Nune, in Anführungszeichen. Wohin Haarpotz? Und Draht. Ach so, es wird die Roboter-Geschichte. Weil da ist genug Draht. Das kommt noch nicht runter. Ja, das liegt sich hoffentlich bald. Ich könnte jetzt 200... Warte mal. Da, aber das hast du ein paar Sekunden weggeatmet. Ja, okay, ein paar Sekunden ist übertrieben, aber der ist schon ordentlich. Also theoretisch hätten wir auch noch grüne Chips. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich blaue Chips auch hier unten hin tun. Wir müssten nur eine Flüssigkeitsversorgung nach hier bringen. Aber ich denke, ich mache vorher noch eine Runde. Genau. Und gucke nach... Von Robotern abgerissenen... War hier rechts nicht eine große Lücke? Nee. Sollte aber. Das muss ja alles noch braun gemacht werden. Gib mir was das Zeug. So, Roboter, die eh schon viel zu viel zu tun haben. Nimm bitte mal die Mauer hier weg. Das kann eigentlich aus der Hotkey-Leiste raus und irgendwo hin verbannt werden. Das einmal runterziehen. Zwei Abstand. Ah, hier sind sogar noch Bäume. Das ist ein Urwald. So, eins, zwei, drei Abstand. Sollte eigentlich nur zwei sein, ne? Ja. Das heißt, hier sind wir schiefgelaufen. So. Das machen wir jetzt auch mal als notdürftige Verteidigungsanlage. Weil das mir echt unheimlich ist, hier nur mit Steinen zu arbeiten. Und nur eine Reihe Türmen und so wie noch. Und einen Baum her. Da, gute Arbeit, gute Arbeit. Das mache ich auch kurz. Das müsst ihr nicht machen. Zip, 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 zip. So, dann müssen wir das da abreißen. Einmal runter, einmal da. Und das da ruhig auch alles. Sind die wieder ausgelastet. Also später nach Süden laufen und da die Mauern ersetzen. Da sind ja doch ein paar mehr. Sehr gut. Hier müssten theoretisch noch Schettin-Mauern hin. Aber ich habe nicht genug Schettin. Was ich auch noch testen wollte. Ich hätte gerne... Baita Queen Corpses. 30 Stück. Dann würde ich ganz gerne die zerlegen lassen in irgendeiner Fabrik. mit Schwefelsäure. Okay. Hatte der Gerogon in der Vergangenheit ja schon was vorbereitet. Schwefelsäure-Batterien sind alle da. Ich glaube, wir hatten schon irgendwas zerlegen lassen von Schwefelsäure. Ja, hier. Die Sachen. Aber Königin hatte ich nicht vorbereitet. Nö. Gut. Du hättest gerne... Nein. Wo ist die Königin? Da ist die Königin. Du hättest gerne die Königin. Nicht mehr ich. Das war wohl echt nur eine. Dann hätten wir gerne eine Fabrik. Da. Du zerlegst bitte die da. Tust das Ganze dann da rein. Und du brauchst noch Schwefelsäure. Darunter. Dreh das einfach mal. Oh. Irgendwas zerstört. Ein Laserturm durch den Spucker wahrscheinlich. Das ist okay. So. Und du stellst gerade das erste Ei her. Und mit den Eiern konnten wir... Lasst mal Eier zu mir fliegen, bitte. Da. Zu mir. Und damit konnten wir dann die Alien-Artefakte herstellen. Und damit dann wieder die Science Packs. Und so sind wir jetzt out dark. Weep, weep, weep. Ja. Immer noch. So, weil der da spuckt. Ja. Okay. Ziemlich spucken wir es nicht schön. Aber es hält sich alles in Grenzen. Da. Mauern. Mauern, 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 mauern. Oh, da war das Ei. So. Gut, gut, gut. Dann hätte ich gerne... Das da weg. Das da weg. Jetzt ein bisschen auf Risiko. Das da alles weg. Könnte jemand bitte den Spucker da oben töten. Piu, 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 piu. Oh, das ist ein Emerald King Spucker. Ja, okay. Da habt ihr auch allen recht, länger zu brauchen. Vor allem, wenn nur 10 Türme oder so schießen. Ne, sind nur 4 gewesen. Verdammt. Ähm. Ich muss nur vorsichtig sein, weil die kosten halt passiv auch recht viel Strom. So. Hier ist auch noch alles uralt Steinmauer da. Ich habe mal Schweineglück gehabt, glaube ich. Das hätte so dermaßen schief gehen können alles hier. Dich runter, dich da lang. Bitte mich neu versorgen mit Steinmauern. Hier schon mal Patchwork-artig was reinkleistern. Und alle. Gut. T für Research. Ich brauche bessere Roboports. Dafür bräuchten wir 1000... Äh, 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 ne. Ne, lass mal. Construction Borts besser, wa? Das klingt sehr gut. Äh, ja. Forsch das mal. So. Mauern, Mauern, Mauern kommen nicht. Weil Roboter immer noch ausgelastet sind. Richtig. Richtig. Aber es werden mehr. Es sind schon 566. Und... Es werden nur schnelle Roboter neu gebaut. Das ist auch noch ein wichtiger Faktor. Das bringt mir jetzt nichts. Okay, also ich muss hoffen, dass ich jetzt von da nicht angegriffen werde. Okay. Und... Habe ich Energiesachen gebaut gehabt in der Zwischenzeit? Boiler? Ja. Keine Steam Engines. Okay. Kurz Zeug wegwerfen. Ah, das ist eine Ei-Harte. Achso, ein Queen-Beiter-Eck macht 4 Alien-Artefakte. 4 Alien-Artefakte macht. Daraus wurden dann... Aus einem Alien-Artefakt wurden, glaube ich, 3 mal so viele Science-Packs, wie es früher waren. Aus einem waren schon 10. Also 30... 120... Science-Packs aus einem Ei? Kommt das hin? Schon krass, ne? Oh, hier müssen wir unbedingt noch eine ganz, ganz tolle Verrückt ausmachen. Äh, da. Dann werfe ich das Ding, glaube ich, auch demnächst mal an. Wobei, wir haben bisher erst wirklich eine einzige Königin gesehen. Ich weiß ja nicht, wie selten die sind. Oh, das hält sich, hält sich. Stahl ist auch wieder im Vormarsch. 2000 grüne Chips, 3000 rote Chips. Okay. Blau ist wirklich das Problemkind momentan. Eine super tolle Fabrik dahin. Super tolle Module dahin. Und zeigt mal, wie viele da rauskommen. 26 plus, das sind nochmal da. Nehmen wir auf. Ja, 30... 30 Science-Packs aus einem Artefakt. Und ein Ei sind vier Artefakte. Also ja, eine Königin sind 120 lila Tränke. Was ist schick. Sehr, sehr schick. Ich brauche nur recht. Das Problem ist jetzt, ich brauche ja nicht nur die Alien Science-Packs zum Forschen. Ich brauche sie ja auch für die bessere Rüstung zum Beispiel. Das wäre nämlich hier. Da brauche ich 150 Stück von. Das heißt, ich müsste 150 Königinnen töten. Das ist schon ein wenig krass. So, was war mit der Zweier? Habe ich die Zweier schon an? Ich habe die eine an, ne? Ja, ich habe die eine an. Was brauchen wir für die Zweier? Warum sehe ich die hier nicht, wenn ich die schon erforscht habe? Da? Kann sie theoretisch bauen? Ne, ich muss sie noch erforschen. Das kostet 450 bis... Ja, aber das Ding brauche ich auch schon 50 davon. Ne, nicht so gut. Oh, und ich wollte unbedingt noch die Dinger bauen. Wegen dem ganzen Ramsch hier. Was könnten hier noch irgendwo Königinnen liegen? Ich merke das noch gar nicht. Durch das Mann hier. Absolut dreckig. Oh, und Bundle Wire muss ich auch nochmal irgendwie automatisieren. Wo bist du? Da bist du. Ein Item-Kollektor. Da hin, bitte. Dann hoffen wir nochmal das Beste. Dann tue ich jetzt ein Item-Kollektor hier ganz hinten hin. Und dann gucke ich mal, wie die Reichweite ist. Also ich sehe es ja daran, wo noch Leichen liegen bleiben später. Da. So. Oh, hatte ich nicht noch mehr gebaut? Bauen wir noch einen davon. Sowas fehlt. Lasertürme fehlen. Ja, die werden gleich nachgebaut. Das ist in Ordnung. Akkus. Akkus müsste ich eigentlich auch. Ja, bauen wir. Ja, da kommt noch der nächste Angriff. Hält soweit. Oh, okay. Das mit den Robotern markieren. Nee, dauert echt ewig. Ich sollte vielleicht mehr von den Item-Kollektoren aufbauen, als nur einen pro Feld. Ist das eine Königin? Nein, Berserker weiter. Ich kann das von hier aus gar nicht sehen. Mach mal da ein Loch rein. Die sah schon besonders aus, ne? Also rosa war gerecht. Nö. Kann ich so jetzt nicht behaupten, dass ich das ad hoc sehen würde. Das sind alles die lila Dinger, nicht rosa. Das da? Oh ja, da ist eine Balter Queen. Das sind schon wieder 120 Science-Specs da. War echt schwer. Oh, da unten? Na, Berserker. Also ja, wir hatten auf jeden Fall schon mal zwei. Also sie sind nicht super selten, aber auch nicht so super häufig. Damit kann ich leben. Gut. Mmh, 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 mmh.